Am 9. Juni ist Europawahl. Die Europäische Union ist seit über 70 Jahren das Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojekt in Europa. Diesmal dürfen auch schon die 16-Jährigen mitwählen. Aus dem Bayerischen Bauernverband treten zwei Kandidaten für Europa an, Christine Singer und Stefan Köhler. Beide wissen, was die Landwirte und die Bauernhöfe in Bayern brauchen. Wir brauchen in den nächsten fünf Jahren in Europa eine Kraftanstrengung für einen echten Green Deal, der es uns ermöglicht, hier in Europa für unsere 500 Millionen Bürger Essen, regenerative Energien, nachwachsende Rohstoffe und Ökologie bereitzustellen. Wir brauchen eine Politik, die die Bürokratie entrümpelt in den nächsten fünf Jahren. Dafür brauchen wir starke Abgeordnete und wir schicken aus dem Bayerischen Bauernverband mit Christine Singer und Stefan Köhler zwei ganz starke Namen für Bayern aus Bayern ins Rennen. Deswegen wünsche ich mir, gehen Sie wählen. Ich werde das auch tun. Schauen Sie sich die Programme der Parteien an. Wählen Sie für die bayerische Landwirtschaft. Ich zähle auf Sie. Ich zähle auf Sie. Ich zähle auf Sie. Ich zähle auf Sie. Ich zähle auf Sie.